Musik Angruas seid wohl kent in die Zimbarerde. Bierbelbichte siehst da das Servizio, wo Elisho Korsho, wo dach Provinz Votria, wo rünsach hohe Ebene, bo asparz alle. Sa mehreren Lehm sollen kent gerätet machen teriwan in bierne Minuten, Leute, wo das so ein Gestand stachletze, in Kronkhau Votria. Erst ist das Servizio kent nur mehr gepessert. Von erst von Lugio 2013, dar Elisho Korsho von 118, wo dach Provinz Votria, ma gemachan Servizio pa darnacht do. Fin heute hat das gemacht Türen, wo Morgas Palle fin di neune Abas. Pa darnacht ist will Sperrachflattern um Postanze pin Helikottero ona zo gesegada. Es bin naive technologie is kent e pas destrar. Bin selnen von Kronkhäuser, die Provinz Votria hat gemachan Wierza a trezara te piazzole, wit giuste lirta un sensori vorin' Elikottero. Aniangla Stahl hat almeno umana, un vorrünsach hohe Ebene isse a Zfolgreit. Die trenerpilote ha gemachan ploase korset somagastuen una pistole sensage bonzo flattere pintuncle, un buon pambintar Abas rifter palle. Purtroppo, dar erst soccorso ufficiale padarnacht ist kein gemachan proprio a Zlusern. Die Wünwe minder aviachtel von Morgas, von Arte, von Lugio, dar Elisho Korsho ist kein kerühaft vora mensch, wo zan hat gehat mongl. Und dieser hat hat gemachan Wierza so a Zfolgreit. Die Ambulanz ab in unsern volontarge und die Pompieren von Lusern so in Sages borotet so wühera aus Smench, ma segante che d'artacchis Sages no Zoriva, d'arch Pilota hat decider zu kemma lai a Zlusern, so postarase nieder in Sportplatz von Kulturverein. In Biene Zeit Smench hat gemachan Wierza in Katria und seibach kontenzo chöden a Zges stehat spessar, sicher um Rom, sah huam so in der Geriftpalle dat Doktorri-Animator und die Infirmierin. Als er hättet so gierna zu WUAS, auch zuar im Bersaljo, kann Hütten, auch in die Boan, zuar, im Forte und hättet sega leut, stille, wescht, bo da so schaun, dach schragt net. So ins die neuen Personaggi, bo n'auge, steigele, bo n'erst Weltkriege, bo da giert zu reichern, no mera, basta offacht unser Land. Si sammera, basten jar, bo da iskenchermacht dach sentierocimbro dell'immaginario. Un villai zungerifta Zlusern proprio gerüerst vo disa attraktiva, bo bach hon. A so ho bach pensacht, zu ma ha an aigge steigele thematiko. Dizze steigele, bo da hefto in Platz Volusern un rift a botta von oberforte und oppo a von unterforte, kontacht pitt artunzbuanzek klumane Storge, di Storge von leut Volusern, bo da hon durchpassacht di spärende Zeiten von Kriege. Barglom, che di arbatten bachten so in Werte in di in lest sonsta da sunta Volugio oder in erst wo Agosto un se emalora bar par machen an inauguration pin allin laud. Dizze arbatten so in dringewonk in progetto von centenario, von Kriege un aspi alle di ondar arbatten bo bar so in no zo traga vür bachten tran in lont laute, bo da soin interessat a von disan tema. Bargideenkan, ki di boch bo da kind bachten no hevan onka di arbatten a von oberforte. Bo da, wo vilzeit peitet zo soina gideckt un vorsichart. Dizze steigele un ali dizze storgele, bo da kontan di storge a obersee gebült lehn un minum lusern, un minum di steigle bo da trang a von forte. Unbrom bachon gebült, ki di leut bo da kemmen a zelusern, tramvort eppas un pensjern aftas sel bo za zeng un bo za kemmen zo bisa. Il sentiero che porta al forte viene allestito con questa serie di sagome di silhouette realizzate in metallo che avranno delle parti in terracotta rifrattari a rilievo per evidenziare alcuni particolari. in questo caso sarà la mano del manovale che sta vangando. La scelta di utilizzare queste silhouette è per raccontare la storia della costruzione del forte da diciamo da luserna fino appunto al forte e di quello che avviene del del forte dopo la fine della guerra quindi tutto il discorso dei recuperanti attraverso le storie dei singoli personaggi. Quando mi è stato chiesto di occuparmi del sentiero la cosa che mi è sembrata fondamentale molto interessante da raccontare era il fatto che tutta la cittadina aveva lavorato alla costruzione del forte e che aveva vissuto della costruzione del forte aveva avuto la possibilità di ricostruire dopo il grande incendio le case grazie ai proventi e ai guadagni che erano derivati dal forte e addirittura alla fine della guerra ritorno dalla boemia avevano potuto riprendere un'economia risollevarsi distruggendo il forte recuperando prima i materiali nobili dei residuati bellici e poi recuperando il ferro del forte questa cosa ha fatto sì di costruire un percorso che racconta la grande storia attraverso piccole storie sono tutti personaggi di Luserna che in qualche modo hanno contribuito a questa storia si parte dalla ragazzina che portava l'acqua ai soldati durante la costruzione ai lavoranti durante la costruzione del forte si parla dei manovali si parla delle bambine e dei bambini che rompevano le pietre che sbriciolavano le pietre per ottenere la sabbia il pietrisco per fare il calcio e struzzo armato del forte e quindi si dà proprio la sensazione di come la popolazione sia stata fortemente legata diciamo a questa storia fino ad arrivare alla fine a oggi in cui il forte diventa ancora uno strumento diciamo di produzione economica legata al turismo legata allo sviluppo turistico della zona gli ovali che sono segnati e ribassati all'interno delle sagome saranno riempiti con delle didascalie ciascuna delle quali in maniera molto breve molto molto veloce molto sintetica racconta il momento in cui l'anno e il giorno in cui si riferisce alla sagoma il nome del personaggio il suo ruolo e questa piccola storia che il personaggio racconta il materiale che abbiamo scelto legato appunto al discorso dei recuperanti è acciaio ed è acciaio corten per cui adesso lo vedete grigio sporco eccetera ma nel giro di poco tempo ossiderà diventerà color ruggine arancione color ruggine e dello stesso colore saranno fatte le didascalie con le scritte in bianco in modo tale che comunque abbia una finitura e un materiale di tipo naturale un inserimento quindi non dipinto non le sculture in tutto sono 28 e sono state disposte lungo il percorso in maniera tale che sia possibile in qualche modo intravedere la successiva man mano che si fa il percorso l'idea complessiva del progetto è la costruzione del forte da l'userna fino al forte all'interno del forte quando sarà reso agibile una serie di militari e di altri personaggi racconteranno le vicende all'interno del forte il modo di vivere del forte e poi dal forte di nuovo verso l'userna si racconterà quello che succede dopo la fine della prima guerra mondiale un'esame 600 in Londra e vi conoscere uno di interessante cosa che si parlate dati del forte rischiate ma che lo andiamo in un'inc Baş in cui si sarebbe con la fine icità ed anche una sceglale in cui si si ßerdem le 意 Die Einwanderung der Fortezen hat die Möglichkeit, in der sich die Zeit auf die Gebäude zu haben, zu haben, wo ein Kind auch die Föhr gemacht hat, wie sie serviert und in allen Territorien, wo sie gut zählen, wo sie und wo sie gut sind. Die Schleide, wo sie prolettern von Plastik, gab es die Möglichkeit, nicht nur wo sie die Föhr und die Pergäuung, sondern auch wo sie gut sind und wo sie gut sind. Während die Gruppe gemacht wurden, wo es gibt, sind die Leute, weil sie nicht in Videobeschreibung sind. Während der Gruppe nummerlos ist, ist es ebenso ein Plastik, wo man die Leute sehr langsamerweise projettiert wird. In den letzten Krieg, in 1866, der Veneto war, dass sie unter dem Austro-Ungarischen Krieg sind. In diesen Jahren ist es ein Klima, wo große Diffidenz sind und die Analyse sind auch in Fervorat. Die Konsequenz ist für den Nationalismus, dass alle Pote der Seiten, zwischen dem ersten Jahr von 1900 und dem Jahr 1912-1914, sind auch die Fortschritte gemacht. Da haben wir aber sehen die Jahren Austro-Ungarische, da sind wir in unserer Hohe Ebene und da die Belegern. Die Neuigkeit ist es, dass die Leidmang interagieren direkt über den Plastik, legen diese Daten auf den Scherben und drücken die Bassen interessiert mehr. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel zu sehen, an die Belegern der Forte, wo der Geist, wo der Geist, wo der Geist, wo der Geist und wo der Geist, oder zum Magazin Pessar, da ganz hohe Ebene und wo der Steat, oder, addirittura, man sehen, dasselbe sein Geist, die Fronti, also für die Krieger, die Soldaten, die Krieger, also mit dem Beispiel, die Menschen, die Krieger, wenn man sehen, wenn man hier auch die Krieger, die Geist, wo der Ungarnik, hat mehr Menschen in den Menschen gesucht, und hat gesagt, dass sie mehr Menschen aus dem Konfett in den Krieg, in diesem Fall. Als ich mich, wenn man sehen, wo der Geist, ist es auch die Frühjahrs-Offensive, bis zur Streffekspedition. und die Wurzeln haben, dass die Auslander-Uster-Ungarische, die in Veneto gewonnen haben, aber auch nach dem Zeitpunkt, nach dem Wurzeln, die Wurzeln haben, die Wurzeln haben, zwischen dem Wurzeln und dem Wurzeln. Die Wurzeln haben, aber es ist eine specie von Wurzeln, die Wurzeln haben, um eine wirkliche Krieg in der Opposition. Die Wurzeln, die Wurzeln sind dort, die uns am lieben sind, in denen sie gegründet haben, und sie haben versucht, zu defendern und zu defendern. Es ist das Runde, aber oftmals in Wurzeln, dass sie am Ende die Wurzeln haben, die Wurzeln haben, und dann nach Hause zurückkommen, die die Wurzeln haben. Die Leute, die die Leute haben die Möglichkeit, in dieser Schule sehen, ein Video, in dem Fotos von Wurzeln haben, Nicht nur in Trincea, wenn man einen Empath aus dem Schrieg hat, sondern auch wenn man sich das Leben in den Hohenbietern hat, wenn man den Hohenbietern hat, wenn man den Hohenbietern hat. Und alle die Worte, wenn man den Hohenbietern hat, wenn man heute Morgen ist. Die Leute, wenn man hierhert, können die Pannelli, haben die Möglichkeit, zu kennen, wenn man sehr, sehr, sehr viele Sachen, die sich hierher in Hohenbietern hat, und die Seite aus Ungarisch. Aber die Sachen sind gut so. Als wir beim Ansehen, per esempio, der Pannello von Luzern, macht einen Klumann-Fokus, hat er, wo sich die Wicende von Nebel Jarreau hat auch gemacht, die Beise an Bandierla, proprio in segno der Reise. In diesem Fall, mit einer Open Chance, hat sich die große Disperation von seinem Kommandante, wo sich die Wundet vor drei Tagen zu einem Bombardieren und mit dem Soldaten, wo drei Tagen zu einem Schwerpunkt zu einem Schlaven haben. Sie haben diese Tension. Weil sie zu dem Feuer besonders älteren, von einem Schwerpunkt zu einem Schwerpunkt sehr gesperrt haben. Deshalb haben sie an sich Probleme über die Leute zu ihm achten. Diese ist sehr schwer, es gibt die kaltes. Es gibt sich die Wundet- und die Kaltes, wenn die Soldaten nur die Tension haben. Sie haben zu ihm achten, mit ihnen zu ihm achten. Deshalb ist es einfach nicht möglich, dass sie sich über die Tiere zu ihm achten. All'interno von Forte. Untertitelung des ZDF, 2020